Ja Leute, hier mal ein Update. Ja, da haben wir wohl ein Date, gerade. Ich bin nämlich totally krank. Hier läuft eine kleine Fruchtfliege rum. Ja, besser als eine große Fruchtfliege. Äh. Ah. Nicht erwischt. Ja, ähm, wo war ich denn gerade? Ähm. Das ist mit Abstand das beste Zitat, was ich jedem in meinem Leben gehört habe. Ähm. 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 Ist nicht immer so leicht. Wobei wir beim Hauptaugenmerk dieses Videos angekommen sind. Ich möchte nämlich auf diesem Wege mein Manifesttestament hier... Mein Testament manifestieren. Also. Ich verfüge über viel zu viel Lebensmut, dass ihr auch Zeit meines Lebens auf TikTok, auf Instagram, YouTube, Facebook, Facebook, manchmal auch Twitter. Sorry. Was davon erhaschen könnt. Solange ihr mir nur zuhört.